Bitte Ziel bestätigen, Shepard. Das Reaper FFS ist online, aber es besteht die Chance, dass die Normandy das Omega-4-Portal nicht übersteht. Sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück mehr. Die Kollektoren haben meine Leute verschleppt. Zeit, sie zurückzuholen. Verstanden, Commander. Lege Kurs zum Omega-4-Portal fest. Ankunft in ungefähr zwei Stunden. Ich sag Ihnen dann Bescheid. Joker schließt gerade die Vorbereitungen ab. Die Reise wird wohl ein paar Stunden dauern. Ich gebe zu, Shepard, ich bin beeindruckt. Sie haben uns bis hierher gebracht. Sind Sie bereit? Wir haben das richtige Team und die Technologie der Kollektoren. Wir können es schaffen. Hoffentlich behalten Sie recht, Commander. Wir werden es ja früh genug erfahren. Ich informiere Sie über alle Veränderungen. Andernfalls bin ich in wenigen Stunden zurück. Viel Glück, Shepard. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020